Ich weiß ja, ich mache immer diese Serie Klassik Altstadt Hotel unterwegs für unsere Gäste und was kann es schöner sein, als am Ende eines Tages hier einfach mal sich von einem Fachmann für Gym und Co. mich sich mal zu erkunden. Magst du ein Gin Tonic haben? Sehr schön. Die Idee ist immer, wenn wir heute mal ein bisschen was anderes machen, wenn wir einfach mal die Seiten tauschen. Ich interviewe dich und du machst ein Gin Tonic. Wie wäre es für dich einladen, hinter die Bar zu kommen und einfach mal sozusagen einen schönen Gin Tonic zu machen? Das sage ich nicht. Nein. Jetzt hast du hier natürlich eine Auswahl von über 250 Gin-Sorten aus der ganzen Welt. Wir haben hier englische Gin-Sorten. Vorne bin ich noch ein Dry-Gin. Wir haben hier Gin aus Spanien, aus Skandinavien und halt auch aus Irland, Südafrika. Natürlich auch haufenweise andere, darunter auch Premium-Gins, wie zum Beispiel den Little Darlin von Siengebirge. Das ist das. Dry Gin, lovely. Da haben wir ja heute auch den Tristan Dach. Der vertritt nämlich schon. Also der hat sie prozentlich schon. Ne, er ist der Darling. Richtig. Hallo Darling. Hallo, du bist ein Big Darling. Und das ist ja jetzt heute wirklich ein wahnsinnig Glücksfall. Da habe ich also nicht nur die Gelegenheit, alles über Gin zu erfahren, Gin-Cocktails zu mixen, sondern ich habe auch noch denjenigen, der dieses hier geschehen hat. Sag mal, wie kommt man denn in deinem Einblick, um sowas zu produzieren? Also da sind ich und Clemens uns sehr ähnlich. Das führte dazu, also pure Leidenschaft natürlich. Ja, dann noch mal eine andere Leidenschaft mit Design und so. Alles, was hier zusammenspielt, ein Konzept entwickelt, alles auf Publitionszeit. London Riding macht, der sehr schön, ehrlich ist, ja auch nicht so oft filtriert und halt wirklich von Geschmack halt sehr floral ist. Und womit Clemens auch natürlich schön und viel mit spielen kann. Wir haben Gins mit über 40 Kräutern oder Extrakten, die dort hergestellt werden. Es kommen aber auch Gins, die sind super, auch nur mit sieben Rotanicles aus. Und welche schmeckt man denn eigentlich dann nachher im Glas und was für Tonics auch nicht wirklich ist. Es ist halt alles, es ist zwar schön und es ist ein einfaches Getränk, aber doch kann es dann halt auch sehr kompliziert werden. Und wenn man sich da ein bisschen vergreift, dann kann es sein, dass man sich dann sozusagen die Suppe schon versalzt hat. Deswegen wollen wir heute mal den Gin Tonic richtig zubereiten. Dafür nehmen wir ein schönes, großes, bauchiges Glas, was mit einem Burgunder-Glas ist. Und was den Gin Tonic ebenfalls braucht, ist viel Eis. Sag mal, was mich mal interessieren würde, weil das ist ja alles so gut von Max, das ist ja ein richtig gelernter Beruf hier. Also, wie nennt man das? Bar-Ingenieur oder Bar-Apotheater oder? Barkeeper. Ganz einfach, Barkeeper ist die Position und eine tatsächliche richtige Lehre dafür gibt es leider in Deutschland noch nicht. Das sind andere Länder auf der Welt auf jeden Fall weiter, schon mal von aus. Allerdings ist dieser Beruf Barkeeper genauso vielschichtig und vielseitig wie ein Koch. Deswegen könnte man auch sagen, mit einer Spitzenzunge Alchemist, Bar-Alchemist oder halt auch liquider Koch. Liquider Koch, das gefällt mir. Genau. Sind wir jetzt da durch oder machen wir da noch irgendwie Chichi? Oder ist das jetzt der reine purer Genuss? Das ist jetzt der reine purer Genuss. Und das trinkt man dann auch so? Aber natürlich. Und dann sagt man, cheers! Dannt's! Dannt's! Sandstück! Dannt's! 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 Dannt's!